So, A geht direkt los hier. Mein Vollstück für den Unterhalt Klassiker. So, die Map schon ewig nicht mehr gespielt. So, der ist offenbar A und K. So, was das hier? Ganz gemütlich hier. Ganz gemütlich. Ah, die ist schon los hier. Ach, Valeria ist raus. Ich bin mal gespannt. Ja, das haben wir gesehen. Der war ein bisschen AFK. So. So. Hm. also mal machen erste runde naja ein paar von ihnen zerfleischen sich ja schon mal also mal gucken mal gucken haben wir machen nicht so viel xd ok es gibt schon eine tendenz ja und wie man sieht ich bin nicht der imposter das glauben ja immer viel dass ich ständig der imposter bin was ich nicht bin ich bin noch so selten ich wäre es gerne immer öfter aber ich bin es halt nicht grüß gehen raus an mac und pika ja weiter hier ins labor oder was das ist ja so dieser mie gepäck wenn ich der schnitt gerade oben so komisch richtig äh da habe ich es schon äh ja so da unten wollte ich alles sehen bevor der report kam na bieter äh hier said nothing was muss ich hier machen was muss ich hier machen fuck gizy turn was muss ich hier machen fuck gizy turn 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 da jetzt irgendwann einer ankommt. Ach Gott. War ich echt der letzte Überlebende? Ja, ist okay. Wo sind die anderen? Wo ist Valeria? Wo ist Dings Bums? Und Bums Dings? Do I Suttered? Das sind Spieler, mit denen er noch nie gespielt hat. Das macht mir ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht, wie die drauf sind. Kann ich euch vertrauen? Ich weiß es nicht. Ja gut, das passt schon. Das passt doch zu mir. Ich bleib mal dabei. Ey! Ich war gerade noch geschickt. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt der einzige Imposter, oder was? Nein, Glückwunsch. Mein Herzlichen. Der erste, der mir entgegenkommt, wird abgeschlachtet. Ich habe ein bisschen Herzklopfen. Ich finde das immer ein bisschen nervös. Das macht mich nervös, wenn ich Imposter bin. Ich dachte, dass er noch links abgehauen ist. leckt mich doch am arsch ich hasse euch ich dachte dass man links abgehauen ist dann hätte ich vor die chance gehabt ja hab ich Kling mir doch im Arsch hier ist der geh... schon passt Da kommen mir noch ein paar hinzu Na gut, bin ich schon mal nicht der scheiß impostor Kling Ach, was ein Frechtax, ey, ich dachte, dass er sich allerdings verpiss, ey und geht kurz nach links, verarsch mich volle Kanne, volle Möhre Ey! Drei, vier tot! Ey, ich vertraue jetzt mal dem Typen, der reportet hat Okay, ich vertraue jetzt einfach mal Man muss doch mal vertrauen können Ey! Das waren gefühlte 10 Sekunden und schon sind vier Leute abgeschlachtet Ey, das gibt's noch nicht Äh, jo, erstmal hier Jo, moin Ähm, so hier Natürlich hier oben geht's an Tür auf Du machst mir Angst, da steht einer Wie habt ihr mal den Scheiß? Verpisst euch Verpisst euch alle Ich hasse euch Ich vertraue euch nicht Ich hab Angst Ja, ja, hier 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 Ich hab Angst 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 Ja, da ist die Türe Selbstverständlich Man nennt, dass ich die Welt noch nicht so oft gespielt hab Einst noch mal oder so besten dank also jetzt hier bin ich ein bisschen sicherer es sei denn mir kommt dann entgegen ob ich jetzt gerade spontan überhaupt keine lust habe so hier so die manipulage ist durch voll der umweg eigentlich aber ich will mich mit diesen zwei drei typen der stadt ach komm schon naja good game so ja war lustig hat auch viel spaß gemacht war ein bisschen bescheuert aber ich mag es